Jetzt kommt der Marsch, wir machen weiter mit Grafmach auf der 7.50 Wir fahren jetzt mit unseren Lagerstelle und dann schauen wir mal, dass das andere nicht erreichen wird die Auffällt bei 23 und 33 davon Wir haben hier ein bisschen terraformiert, also auf die Klammerkost Ich danke für das Zuschauen, freitschalten und dränge da ab rein Natürlich würde ich fahren über einen Kreis oder einen Abweg Aber am besten, dass wir wieder rein fahren Wenn ihr Fragen und Angehörungen habt Ja, vergleichen, ähnliches Immer gerne reinsteigen in die Kommentare Ich werde versuchen da auch einzugehen so weit wie möglich Was für eine Minute ist Hatte ich die eine oder andere Frage vielleicht Würde ich gerne beantworten, wenn ich kann Dann erstmal in Köln mit dem Spaß Heute ist die Folge Nummer 4 Nachts Pause gemacht Also geflogen Und heute ist für euch Donnerstag Eich halb am schönen Tag Ich hoffe euer Arbeitsplatz verfüllt und anziehen Weil wir mal ein bisschen kühler werden Weil wir mal ein bisschen kühler werden Heute habe ich Hier sind wir gestern gelesen Was für ein paar Blödsplätze Dass wir später kommen Bei mir Ja Freude Bei mir Wir haben Bei mir Wichtiges Dort Wir haben Gäste Wir haben Wir haben die 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 komme ich gar nicht hinterher bis die 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 das wird eine oder die 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 Gelage machen wir auf dem BGH, weil wir auch noch Geld trauen, um überhaupt nichts zu haben zu können. Durchzimmer probieren, ob wir mit einem kleinen Fahrzeug im Bus mit dem Fondiment LKW hier was kaufen. Das kann man auch nur auf dem Laden haben, da sind auf dem BGH gefeiert. Das ist eine gute Frage. den tag nehmen wir auch nicht der ist freie wir haben einen guten anhänger den wir haben die besten im großen für da könnte man ja Gras sammeln da könnte man auch lassen stehen lassen jetzt der Gelbe da gelbe ich da den Kurs dann nochmal löschen da ist der LKW den wir gleich knappen knappen dann werden wir schauen, dass wir ganz schnell ah, wir haben noch nichts ganz schnell dann werden wir hier den Kurs opladen da da noch knappen den LKW ja fleißig lassen den brauchen wir jetzt für unser Verkauf von der Fauna weiter zu reagieren dann haben wir reagiert dann haben wir reagiert dann haben wir reagiert dann haben wir reagiert dann haben wir sich hoher anzuwachsen jetzt können wir eigentlich gleich losbinden jetzt er fährt er fährt ich hoffe aber auch, dass der nicht ins Klack nicht gerannt wird dann werden wir hier nochmal ein bisschen weitermachen aber ja, wenn wir das Meister machen da haben wir schon die Kursachen und die Kursachen dann haben wir Weizen nochmal Weizen verkaufen so viel mit Preis für Weizen zurzeit beim Bäcker beim Bäcker Das war auch Absolut und es hat viel mit der wir die haben wir im nichts machen wir auf das ist Ich bin garanti, wenn ich da anbekomme. Da muss ich helfen. Ja, da geht nicht weiter. Das ist der Nachteil bei der Creme, ne? So, dann geht man da an. Unlegal. Dann machen wir eine Arbeit, ne? Aber es wird Probleme kommen, wenn er wieder zurückfahren soll. Wir fahren mal zum Becker. Neh mal, die ändern sich. Gar nicht schlecht. So. So. Wir müssen die Wiesen durch. Ah, das fällt mir gerade so ein. Ach, die Hänger. Probieren wir uns mal. Mal zurückgehen. Den kommt wieder hin. Ach, ne. Mal gelesen. nicht. Das ist nicht schön. Oh, wir müssen den Beckerkopf kommen. Oh, wir müssen den Beckerkopf kommen. Schatten, ein Blinker. Das wird aber nicht, ganz zu spät. Das wird ja auch nicht, ganz zu spät. Tja, wir müssen erwachen, ne? Böse aus. Und reparieren, hopp. Und reparieren, hopp. Und dann kommen wir auf den Zitzen zu kaufen, dann können wir nachher vom Zitzen. Einmal eine Zahl an der Fall, beziehungsweise eine größere Menge. Ups, Probleme, Probleme, Probleme. Waschen, 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 waschen. Waschen, 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 waschen. Keine Ahnung. Er hat den so lustig gemacht. Waschen, waschen, waschen. Ha, in der Falleiger. Die Blase. Waschen, waschen. Ah, das war schon. Ich bin auf der Falleiger. Ich bin auf der Falleiger. Ich bin auf der Falleiger. Oh, boah. Hm. Das scheint zu klappen. Der ist... Noch mal nacharbeiten, jo. Da kann man nacharbeiten, ja. So. Nix. Öffnen wir unten an der Tür. Und gleich muss ich noch nachmachen, ne? Lustig, jo. Ach, mega lustig. Ich hab da gesehen, dass da noch was ist. Richtig, wie Ecke 4. Und da hat er einer noch nicht gemächt. So. Und die Freunde der Landwirte. Das soll's heute gewesen sein. Ein bloß bisschen Gasmein. Was schön grün. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen. Auf Wiedersehen. Wenn seid noch nicht in die Wege. Bis dann, ja. Hab klar. Auf Wiedersehen.